Servus, willkommen hier in Ackendorf. So, wo ist er? Da ist er, unser Drescher. Erste Feld ist schon fertig. Wir werden ihn mal eben schnell abbunkern. Fahren den aufs neue Feld und ich habe in der letzten Folge so schön gesagt, ja, wir sehen uns dann wieder, wenn wir den zweiten Helfer starten. Was ja allerdings gar nicht so einfach ist, denn bei der Körnermaisernte, bei den Feldern, da will ja der Helfer nicht immer so ganz. Und damit es uns nicht langweilig wird, werden wir da natürlich erst mal auch sehr viel selber ernten. Wir werden da erst mal zumindest die äußeren Gringel drumherum selber fahren. So, Licht machen wir hier auch noch an. Gehen wir in die Innenansicht. Also hier Feld 26 ist schon mal abgehakt. Sehr schön. Ja, mal schauen. Ich habe gerade so ein bisschen die Überlegung, ob ich dann heute Abend offscreen weiterarbeite, aber das nicht so 100% offscreen mache, sondern auf meinem YouTube Live Channel dann eben, ja, Livestreame. Also falls ihr auf meinem Livestream Channel am Mittwoch einen Ackendorf Erntestream gesehen habt, dann wisst ihr, wo ihr den einordnen könnt. Das war also dann nach dieser Folge, denn wenn ich hier fertig bin mit der Folge, werde ich erst mal speichern, drücken und muss dann erst mal noch ein bisschen was anderes aufnehmen, und werde dann also erst mal noch andere Spielchen starten. So, wir hüpfen aber jetzt nicht in den, in den rein. Da müssen wir natürlich vorne noch Maisgebiss aufklappen und ihr seht, ich habe mir hier den kleinen JCB schon hingestellt mit dem Fliegel-Anhänger. Ich hatte erst überlegt, nimmst du den großen Anhänger, da passt mehr rein, aber ist ja hier mit dem Abtankrohr dann teilweise auch wieder nicht so einfach, deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, dann nimmst du einfach hier den kleinen und musst halt vielleicht ein paar Mal öfter Richtung Hof fahren, aber können wir ja bei Hof 1 auch alles reinkippen, denn Silo-Lager von Hof 1 und Hof 2 sind über unterirdische Pipes natürlich miteinander verbunden. Also was wir bei Hof 1 reinkippen, können wir bei Hof 2 entnehmen, genauso umgekehrt. Also alles überhaupt kein Problem. Eins ist der Unterschied, eben Gras, Stroh, Silage. Wenn wir das bei Hof 1 reinkippen, können wir das nicht bei Hof 2 entnehmen. Da bei Hof 2 kein Lager dafür vorhanden ist, aber das ist wiederum über Pipe verbunden mit den Gras, Stroh, Silage-Lager bei den Mastanlagen. Also das können wir dann dort entnehmen. Gut, hier sehen wir jetzt, wir ernten ein bisschen und ja, ich habe mir gedacht, ich habe ja jetzt auch schon öfter Ernte hier gemacht in Außenperspektive und ja, jetzt fahren wir einfach mal innen. Warum denn nicht? Kann man ruhig mal machen. Und ja, es geht langsam voran. Erster Rapsfeld ist fertig. Maisernte, zumindest was den Körnermais angeht, hat begonnen. Und später dann natürlich auch noch häckseln. Das werde ich aber vermutlich wieder ziemlich zum Schluss machen, da ich ja da komplett mit Abfahren beschäftigt bin und dass der Abfahrer, der Ernter, eben der Helfer, da nicht so lange Standzeiten hat, weil ich zwischendurch hier noch irgendwelche Drescher abbunkern muss und so werde ich das wohl machen, wenn die Drescher eben ihre Arbeit fertig haben. Und dann werden wir wieder Raps, Klee und Luzerne häckseln. Natürlich nicht alles, aber eben hier, was wir so bei Feld 36, 37, 38 und Feld 42 haben. Dann haben wir ja noch Feld 12, 18 und 17 mit Klee. Der ist aber zum Mähen vorgesehen, nicht zum Häckseln. Ja, ob ich diesen Spieltag dann noch zum Mähen komme, das müssen wir auch mal noch abwarten. Es wäre schon mal nicht schlecht, noch mal ein bisschen Gras zusammenzubekommen. Einerseits können wir natürlich in den Drögen, im Futterdruck, Schafe und bei den Kühen definitiv noch was verteilen. Bei den Mastanlagen brauchen wir eigentlich kein Gras. Da kippe ich ja immer Silage rein. Natürlich, klar, Gras wäre günstiger, aber wir haben ja auch genügend Silage. Also können wir das so ruhig da auch mal machen, müssen wir weniger mähen. Aber generell natürlich zur Nicht-Futterproduktion brauchen wir auch wieder Gras. Also auch da ist es nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen was auf Lager haben. Machen wir mal gerade rüber. Dö, 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 dö. Wie viel haben wir denn da im Moment auf Lager? Nur 52.000. Ist nicht ganz so viel. Also da darf gut und gerne ein bisschen was dazukommen. So, erste Runde ist geschafft. Hier unser Drescher bei 44, 45 Prozent. Also das ist ganz angenehm, hier die Körnermais-Ernte in der Zeit eben schon mal zu machen, wo Raps geerntet wird. Bei Raps ist ja der Ertrag niedriger. Die Körner sind eben sehr, sehr klein, nehmen nicht so viel Platz weg. Und dann braucht der Drescher natürlich länger, bis er abgebunkert werden muss. Das heißt, wir haben mehr Zeit, uns hier drin aufzuhalten. Das Einzige, was ich mir gerade überlege, ja, das machen wir auch. Wir fahren mal zu unserem Traktor und tun das, was wir an Körnermais hier drin haben, schon mal abbunkern. Und dann nochmal abgeben. Denn es langt, glaube ich, nicht mehr für eine ganze Runde. So. Wir fahren mal hier gerade. Da passen wir doch noch gerade so zwischendurch. Ja. So. Schauen wir hier mal rüber. Da wird das Ganze. Und wir sehen hier hinten auch schön, wie das runter geht, wie das weggesaugt wird. Über Förderschnecke alles weg, alles raus. Und es füllt sich so langsam ein Häufchen im Hänger. Sehr schön. So. Eins mehr noch. Dann können wir wieder geradeaus gucken. So. Und komm, dann stechen wir gerade hier rein. Damit wir nicht leer nochmal bis da hinten hinfahren müssen. Schön außen nutzen. Und hier, äh, Multi-Overlay hat Anzeige. Können wir mal ausmachen. Ist im Moment noch nicht interessant. Da war ja im Moment auch noch nichts ins Lager reinkippen. Körnermais dauert noch ein bisschen, bis der erste Hänger voll ist. Und Raps fahren wir eben, sobald der erste Hänger voll ist, äh, dann in, äh, die Dieselproduktion und nicht aufs Lager. Ja, und für den nächsten Spieltag habe ich mir überlegt, da wir ja natürlich einen ordentlichen, prallen Kontostand haben, werden wir uns dann, äh, noch ein paar Felder dazu kaufen. Das Geld haben wir ja, und, äh, ja, es gibt einige, die sich ja auch hier wünschen, dass wir wirklich spielen, bis wir alle Felder besitzen, alle Felder bewirtschaften. Und, äh, da sind noch einige, die uns nicht gehören. Also, da können wir auf jeden Fall schauen, dass wir dem Ganzen ein ordentliches Stück näher kommen. So, hier wieder drehen. Und ich sag mal, so, äh, drei Runden sollte man hier auf dem Feld schon machen, bis, äh, Autokombine das dann von alleine hinbekommt. Aber ich bin am überlegen, solange wir hier ja sowieso bei der Rapsernte sind und da eben dementsprechend nicht so viel zu tun haben, ob wir hier nicht dann komplett selber weiter ernten. Das hat nämlich natürlich den Vorteil, wir haben einmal Helferkosten bespart. Und auch wenn wir dicke Kohle haben, können wir ja so ein bisschen den Sparfuchs trotzdem raushängen lassen. So, nächstes Rapsfeld ist fertig. Wunderbar. Können dann eben dementsprechend hier ruhig auch mal noch ein bisschen selber fahren. Britt verbraucht sich so oder so. Aber eben der Helfer, der kriegt keinen Lohn, weil wir selber fahren und wir uns selber keinen Lohn auszahlen. Macht sich alles wieder auf unserem Konto dann bemerkbar. Etwas weniger Abzüge und damit etwas mehr Geld dann über. So, dann fahren wir jetzt gerade hier hin. Na, sind wir zu weit vom Anhänger entfernt. Müssen wir noch ein bisschen hier rüber. So passt's. So, dann machen wir hier hinten. Und dann können wir in der Zeit einmal hier wieder ausfahren. Springen in den Tatra. Und können hier wieder uns das Ganze abholen, was der denn schon wieder in seinem Bunker hat. Und dann kann der aufs nächste Feld. Da das auch nicht groß ist, wird er dann auch dort wieder komplett rumfahren können, bis das Feld fertig ist. Dann geht's auf Feld 27 weiter. So, wir abstellen. Können wir schon wieder Motor aus. Schon wieder hier rüber springen. Läuft doch ganz gut. So, und wir sehen im Auflieger 20% jetzt erst. Also, das dauert ein bisschen, bis der Auflieger hier mal mit Raps voll ist. Aber natürlich, klar. Alles, was wir da reinfüllen, kommt uns alles zugute. Das haben wir dann alles bei der Dieselproduktion. So, hier, Helfer starten. Wir machen mal auch mal Licht an. So, komm hier schön nach links rum. Ja, 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 ja. Ja, hier sind die Felder teilweise natürlich ein bisschen uneben. Da hatten wir ja selber auch schon das Problem, dass wir uns festgefahren haben. Aber im Moment läuft es erst mal. Springen wir hier wieder zurück und werden wieder nach vorne schauen. So, komm, und dann fahren wir jetzt gerade hier vorne hin. Machen hier weiter. Ja, Rinder haben wir auch schon wieder ordentlich. Masthühner haben wir ordentlich. Da könnte man also auch durchaus dann mal wieder ein bisschen was wegbringen. Wir schauen mal hier rein. Fleischproduktion. Ja, Rinder sind leer. Schweine sind auch leer. 100 Masthühner würden auch da reinpassen. Also, kann man alles mal wieder da hochfahren. Vier Fleischpaletten sind fertig. Die fünfte ist angefangen. Ein Liter von 100 Liter. Also, ein Prozent ist die Palette erst fertig. Ähm, ja. Schauen wir mal am Ende des Spieltags, inwieweit wir da dann eben noch mit hinkommen. Inwieweit wir da dann eben noch den Transport machen können. Oder vielleicht zwischendrin auch, dass, äh, während die Helfer der Drescher auf dem Feld unterwegs ist, dass man da das Ganze macht. Und, äh, man eben wartet, bis, äh, die nächste, äh, das nächste Abbunkern soweit ist. Ähm, ich werde mal schauen mit, äh, Weizen und Gerste, wie ich es da mache. Ich werde vermutlich dann auch eine Runde, zumindest mal, äh, Vorgewände mit, äh, ähm, Strohhäckseln drumherum fahren und dann eben den Helfer. Da weiß ich noch nicht, nehme ich hier Autokombined oder nehme ich den Standardhelfer, der dann einfach auf- und abfährt. Weil, äh, dass da natürlich bessere Bahnen sind, um da Stroh einzusammeln. Muss man halt dann dementsprechend schauen. Da können wir uns ja so ein bisschen an den Feld, äh, Texturen orientieren, wie wir da denn fahren müssen. So, jetzt haben wir hier noch nicht viel drin. Versuchen wir, ob da nicht noch eine weitere Runde geht, ehe wir wieder abbunkern müssen. Sollte da noch was möglich sein, das können wir mal wieder ausblenden. Brauchen wir im Moment noch nicht. Aber schön, das läuft hier auch schön flüssig wieder alles. Zwei Felder gleichzeitig, äh, am Ernten. Ich weiß, jetzt wird es viele geben, die sagen, ah, hol dir doch noch mehr Drescher, dann kannst du noch mehr Felder gleichzeitig. Aber, ja, man muss natürlich auch immer bedenken, äh, das hier ist, äh, ein Projekt, in dem ich ja kein, ähm, kein Cosplay verwende. Und, äh, von dem her ist es natürlich dann auch wiederum schwierig. Bei Cosplay, da könnten wir jetzt fünf Drescher gleichzeitig und die passenden Abfahrer beistellen. Und dann läuft das locker fluffig, aber hier ist, äh, dementsprechend schwer, weil wir ja dann auch immer schauen müssen, dass wir mit dem Abbunkern auch hinterher kommen können. Und deswegen, sag ich mal, ja, lieber nur einen bis zwei Drescher, lieber ein bisschen weniger und dafür kommt man hinterher und kann dann zwischendrin eben auch mal so arbeiten, dann eben machen wie hier, dass wir ein bisschen was selber fahren. Oder, dass man eben schlachtreife Tiere dann noch wegbringt, etc. pp. Denn nur weil Ernte ist, muss ja nicht alles andere stehen und liegen bleiben. Vielleicht können wir dann auch die Zeit doch mal noch nutzen, zwischendrin Paletten zu verkaufen. Aber, da brauchen wir jetzt vor 8 Uhr noch gar nicht groß drüber nachdenken, denn vor 8 Uhr hat natürlich die, äh, ich wollte schon sagen, die BGA, das Depot, hat vor 8 Uhr natürlich sowieso noch geschlossen. Also, da wären wir noch keine Paletten los. So, die Runde haben wir also auch noch wunderbar hinbekommen und dann lohnt sich auch das Abbunkern etwas mehr. Können wir das Röhrchen schon mal ausfahren. So, der andere Drescher noch unter 50%, also noch keine Eile. So, jetzt aber rum hier. Au, 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 au. Guck mal, den Lack verkratzt. Oder? Ne, kein Kratzer, keine Beule, nichts zu sehen, nichts passiert. Echt ist passiert. So, schauen wir wieder, äh, da rüber. Und ja, können wir ein bisschen hier vorne, das letzte Mal haben wir ein bisschen weiter hinten. Und ich schaue mal auf die Uhr, 17 Minuten, fast genau. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nicht vergessen. Und ja, dann schauen wir mal, wie viel ich Offscreen schaffe, ob mit oder ohne Stream. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.